so dann haben wir das schon mal brauchen wir jetzt ein paar steinzieche so habe ich das eigentlich wieder hoch er hat er gemacht wo bist du eigentlich ach so du bist oben beim holz fähler noch ja dann machen wir das so ne da geht es nämlich nicht hoch der boden das ist schon boden eben ehrlich ja er was willst du als boden haben könnte ich dir den schon mal rein rein klöppeln was schönes also ich arbeite mit tropenholz und schwarzeiche ich denke mal dann sollte der boden nicht zu dunkel werden und die der ofen und alles ist mit ziegelstein willst du vielleicht ein eichenholz und dann kann man machen oder der wäre nicht so so dunkel der wäre angenehm hell sagen wir es mal so wobei wo kommst du denn her oh zombie dorfbewohner den hätte man auch heilen können aber naja heute nicht loof wo achso ach so jetzt ist es echt zappen boost ähhh ja hmm eichenholz Ne, warte, ich hol was So Eiche, Weiche Schau, mach mal Guck mal da noch Ja, schön diese Die nehmen wir auch gleich mit Weil das brauchen wir sogar so für die Fenestre Böser Zombie, erschreck mich doch nicht so Wir können auch pennen gehen, wenn du willst Geht natürlich Können wir machen Ist vielleicht gar nicht so falsch Moin Oh Oh, warum macht er da oben Zielblock ran Den mache ich jetzt weg, weil der ist echt Also Der ist ja pottenhässlich Macht das ganze Haus kaputt Warte mal Ja, ich brauche noch ein ganz kurz Aber Shinobi Ja, aber nicht Also direkt an die Hausfassade ran Das muss nicht sein Sonst kriegt er seine Europaletten nie zurück Stimmt Ist da nämlich ein Schädigung Und dann bauen wir hier alles voll mit Europaletten Jo Das Europaletten Wir können ein Lager bauen Nur voll Ja, warum eigentlich nicht Ein Europalettenlager Nachher neben die Ich will ja den Schmelzofen noch lang Also den muss ich ja nochmal umbauen Und da könnte man dann ein Europalettenlager daneben bauen Ja, das müssen wir machen Nur um ihn aufzuregen Ja, ich glaube, das ist von der Helligkeit okay, oder? Ich habe natürlich nicht Ähm Ich bin gerade nicht da Ich gucke gerade, wie ich Ziegelblöcke mache Äh Zweimal zwei So Ah, da brauche ich eh mehr Ich muss ja dann noch das Ja, muss ich gucken, ob das optisch passt Aber ich denke Yeah So Jetzt gibt es erstmal Crafting Table auf die Augen So Miezi Mhm Dann hat er Genau, spring in die Truhe Dann landest du im Ofen Ach, dann nehmen wir Machen wir das wie hier Aber dann nehmen wir nur Smoothen Weil der hat keine Ecken Und vielleicht ein paar Frage Ja Wie du hier Ich muss mir gleich mal den Ofen angucken Weil ich brauche dann ein Kamin Mhm Also erstmal muss ich gucken, ob das überhaupt funktioniert Das weiß man nicht Nee Das weiß man nicht Weg damit Einmal gesnackt So Ah, okay Ich hab's Ich weiß wie er's macht Mhm Huch So Oh, dann kommen da zwei Flächen rein Ah, er darf nur drei lang sein Okay Das kann man so anbieten Leider muss ich dir hier den Einbalken abreißen Mhm Dann müssen sie das machen So Da klöppeln wir nämlich eine Fensterbanken So hier Nee Nee Das ist auch blöd Dann machen wir eine Scheibe rein, glaube ich In der Auslage Mhm Mhm Schön Dann brauche ich noch einen Halm Du musst da nachher aber ein bisschen durchmixen mit Granit Macht er da aber auch nicht mit Ja, ist es mir egal, ob er das macht oder nicht Das sieht dann besser aus Realistisch aus So, dann Unter müsste eigentlich ein Feuer hin Oder dahinter Oder dahinter Da unter ist machbar Ja Ich kann auch da eine halbe Platte reinsetzen Äh, ich hole mal eins Das ist dann Qualmeat Achso, das war beim Holz Graue Knöpfe So Ich kann mal gucken, ob ich schöne Knöpfe finde Kann man die auch aus Tiefenschiefer machen, Knöpfe? Mh, nee, ich glaube nicht Ah ja Ah ja So Okay Wo auch immer Achso, das ist jetzt die Stufe Ah, was Dings vom Stein Okay Okay Okay, was sind Dings vom Stein? Äh Na, Stein Achso Ja, äh, ja Achso Okay, eine Ich hab ja nichts mehr Ja gut So, ich weiß nicht warum Der die da nicht Weiter in die Truhe gepackt hat Keine Ahnung So Auflassen oder Zumachen Ja jetzt Also ich würde denen noch einen nach vorne ziehen Du Dann kannst du nämlich zwei Kuchen da reinstellen Oh Beholt Achso, das sind Treppen Deswegen Sieht das ein bisschen anders aus Okay Achso, das muss ich eh von Hier machen Die muss ich wegtun Ja So nicht So, so, so Da brauchen wir ein helles Glas Das organize ich auch mal Dann brauchen wir für die Seiten noch Äh, so Türdinger Äh, hier Fensterläden So rum Türdinger Hä? Ähm Ja, Türdinger Die haben wir beim Fichtenholz Auch nicht mehr allzu viele Okay Das gehört hier nicht rein Ja Dann klöbeln wir dich da mal rein So, okay Die habe ich Achso Helles Glas Genau Ich wollte da ein bisschen Und Beleuchtung brauchen wir ja dann auch noch Wir haben nur Weißes Ja, wenn du mir das Dach etwas höher machst Mach ich mir ja auch einfach noch einen Kronleuchter hin Hatte ich vor Aber oben wollte ich dir noch Eine ganz kleine Produktion machen Dass du auch fast alles da hast Was du brauchst Hm Acht Und einen Grauen Farbstoff Brauche ich bitte Hellgrau Hellgrau Hammer Passt Yeah Das ist gut So Ja So Habe ich ja da drin stehen Genau Wo ist Also Da hinten Die Werkbank Die Werkbank So Nein Die Werkbank Okay Ah Jetzt habe ich keine Beleuchtung mitgenommen Wenn du zufälligerweise Kuchen machst Ne Weiß ich nicht Ob du das gerade vorhast Gerade nicht Ne Aber Wenn ich Kuchen mache Ja Ne Dann Mache ich Kuchen Weißt du Dann mache ich den ausnahmsweise mal Ähm Zwei brauche ich davon Kann ich gleich Also Naja warte Ich mache dann hier Vor ein paar mehr Mal gucken wie viele Eimer wir haben Acht Okay So Willst du mir das noch dicht machen Ja ich arbeite noch dran Ich arbeite noch dran Weil den Honig Den werden wir hier runter leiten Dass du den dann genau hier auf Augenhöhe hast Ja 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 Ich glaube ich werde es doch nur so machen Findest du Pass mir an zwei Kuchen hin Ja Warum Ich weiß nicht ob ich es mir noch anders überlege Ich weiß es nicht Okay Du machst das schon So Na warte mal Dann machen wir mal Hilfsblöcke ran Zack Zack Deine Natur platzieren Ja Geht es ja schon runter So Nice Warte mal So Ich habe ja das Dingsholz noch gar nicht Hast du Tropenholz einstecken? Ja Habe ich dir ja mitgebracht Warte Ich gebe dir das gleich Tropenholz Yeah Tropen So Da brauchen wir dann Schilder Zwei Fichte Ja Fichte Ist glaube ich am besten Oder Eins Zwei Und hier packe ich mal rein Was ich jetzt Nicht mehr brauche Das brauche ich auf jeden Fall nicht Die kann ich mir nachher immer noch holen Wenn ich es Notwendig habe Brauche nämlich ein bisschen Ein bisschen Platz jetzt dann für die Sachen So Da kann man dann nämlich noch was draufschreiben Warum habe ich jetzt nur noch sieben Eimer Na gut Ist ja egal Mukus Mukus Ich komme euch hoch Oh klar So Das brauchen wir Und dann könnten wir Warte mal Zugerrohr Haben wir eh da drüben Ach weißt du So viel braucht man gar nicht Können sie es ja nicht übertreiben So Apfel Ei Kürbis Und ein Rahmen Schauen wir mal Dann machen wir mal zwei von Apfel Ei Kürbis Ei Hat er die beim Mobdruck drin Schülkrö- Ne Da sind nur Normale Ähm Ne Ok Das ist zum Beispiel ganz schlecht Jungs Was geht hier hinten Hühner Geht wieder da runter Sonst ist hier wieder ein kleines Hühner-Massaker Das wollen wir ja nicht Ja Hühner-Massaker Ne ne Wie gesagt Das wollen wir nicht Mach nur noch Da muss noch Licht hin Definitiv Es ist noch Der Aufgang ist noch eine Katastrophe So Ah jetzt habe ich keinen Rahmen mitgenommen Hast du Rahmen? Ne Müsste ich holen Oha Drei Eimer Ok Aber jetzt nichts gesagt Gut dann hole ich einfach nur mal drei Das lässt sich ja arrangieren Das lässt sich ja arrangieren Nee Äh Wo bist du? Beim Feld Nee Das haben wir doch abgerissen Äh Ist auf dem Irgendwo hin Stell ich jetzt mal einen dahin Was fehlt mir da Oh Zucker Zucker Oh gut Das Zuckerei Zuckerei Nee Ei habe ich Aber Zucker nicht Ich nehme jetzt einfach ein Statement Und fertig Ach so Schauen wir mal Kugeln Oh Kug Ich mache da noch mehr von Ne Lu Was an Kugeln geht jetzt Was ich mit habe Craftig oder? Ja würde ich sagen Das ist jetzt ganz schlecht Ähm Hol ich gleich wieder Ich kann sogar noch einen machen Sehr gut Toll Immer diese Inventarprobleme Das hast du Und die sind nicht schön Diese Nee Überhaupt nicht So Ja Okay Ich kann glaube ich Wieder alles mitnehmen Was da liegt Ja Sehr schön Sogar die Treppe So jetzt können wir die Bäckerei Vorballern Mit Kuchen Ja Ja Kuchen Wir verkaufen nix Mhm Mhm Das ist richtig Ja gut Ja gut Ja gut Das hätte ich jetzt nicht alles erstmal vollgepackt Aber okay Ah man kann nicht mehr Ah man kann nie genug Kuchen haben Ja ich hätte mir jetzt noch ein Regal gemacht Wo Backwaren drinnen stehen Ja siehste Dann passt das eh mit Kuchen So Rahmen Achso siehste Warte mal Nee da haben wir die Na ja Die nehmen wir auch gleich mit So Hey Find ich jetzt so blöd die zu platzieren oder was Das hast du gesagt Ich meine man könnte natürlich auch Achso das verbindet sich wahrscheinlich miteinander Naja dann lassen wir das so wie es ist Ich brauche da nämlich Fichtenholzstämme Das passt eh Okay Ah dann muss ich nur mehr machen Kann ich das an der Seite nämlich hochziehen Und hinten Ah es könnte ganz nice aussehen Ich bräuchte nochmal einen Kuchen Kannst du den da hinstellen Achso Oder so Ja gut Habe ich fallen lassen Achso ja So und wie mache ich das jetzt Dass das Böden hat Oh oh Was machst du Nee so nicht Hm Baue ich etwa zu dicht Nee Nene es passt Ich habe sie nur falsch rum Hans Meinst du das sieht aus Wenn du da Tropenholz für nimmst Als Fenster Dings Was auch immer du da vorhattest Hier Achso wir bauen gerade mit unterschiedlichen Das ist aber auch nicht schlimm Lu Nee wie mache ich denn das jetzt Konnte ich da noch Bilderrahmen auf die Falltür machen Wenn ich die jetzt so platziere Auf die Falltür Ja Ja aber warte Ich hätte hier gerne andere So und dann nehmen wir nochmal das Glas weg Genau So Jetzt hole ich nochmal was ganz legendäres Lu Du wirst es lieben Ja Ich werde es lieben Ja Und da war ich da Ne Oder ich Nee warte mal Die kann weg Nee ich glaube das wird zu doll Wenn ich da oben auch was ran mache Ich habe aus Versehen von der Kuchenablage gesnackt aber egal Wie kannst du nur So auf jeden Fall Weil ich dir da jetzt auch noch was drauf Schön 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 Das wird doch langsam Lu Yeah So also die Tür die könnte ich dir eh so bauen Da haben wir eh noch oh Gott So So Ja Wollen wir drei Stück brauchen Okay Hast du zufälligerweise ein Eichenholz? Ähm Nee Okay Dann betrüge ich mal ganz schnell So Und hier Machen wir noch als Rayling dann Das Gelände So Ja Eine Birthday Torte Hm Oh nee Warte mal Da ist ja Genau Da war ja was So Ja Lu Also Ja Das hier sehe ich problematisch Hm Wie Wo Was So Dann müssen wir da improvisieren Ich meine man sieht es hinten dann eh nicht Ja dann kann ich da noch schränketechnisch was machen Ja Könntes machen Hm Dann brauchen wir noch Oh Sind drüber Wir müssen eh jetzt mal kurz Pause machen Aber Blut Und so Ja dann würde ich sagen Machen wir hier nachher dann weiter ne Ja Hm Und bis dahin würde ich sagen Ähm Sind wir raus Und bis nachher Ciao Ooh who Oh Somebody Oh Gong ünd ıyorlar los Die die